Hallo, ich bin Robert Rothiffer und das ist eine kleine Führung durch Canterbury aus Anlass des Record Store Day. Man kann eigentlich nur mehr gebrauchte Platten kaufen, gehen in Charity Shops oder bei Canterbury Walk und überhaupt. Ihr seid kein Plattengeschäft mehr in Canterbury, es regnet nur sehr. Damit das nicht passiert, müssen alle, die Platten haben wollen, auch Platten kaufen. Schönen Record Store Day.